ASMR Cardi Cardi Da haben wir es schon. Da ist ein Anschluss. Ich habe es schon geprüft. Das kann man noch auf ein Stativ stellen. Bei der Aufnahme ist es wichtig, dass die Seite hier vorne rein spricht. Und zwar ist das bei diesem Mikro sogar besser geeignet, wenn das ein bisschen so aussieht. Also nicht wie beim Blue Yeti nach vorne, sondern eher nach hinten nach. Wenn du neu auf meinem Kanal bist und mich noch nicht abonniert wirst, ich möchte mich natürlich sehr über ein Abo, wenn dir freut. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch ein Like. Und lass einen Kommentar da vor wie man die Kommentare zu lesen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann noch nicht abonniert. Dann schreib mir doch auf meinem Kanal. Und dann schreib mir doch auf die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schreib mir doch mal. Ich habe mich auf die Sten geflüssig gemacht. Ich habe mich, dass ihr in der Kunde etwas in der Kunde und mir etwas zufrieden habt, dass ihr mir gesagt habt, dass ihr uns zu uns verletzt habt, dass ihr euch zuerst verletzt habt, dass ihr euch zuerst verletzt habt, A mein Udel Es geht weiter nach unten Liebe, Меня Ihr nicht liebt Ihr Was Was Ich Ich Was Wie Ich Ich Was Ich Was Ich Was Ich Um Es Ich Was Joh Sch Ih war H Es Ich bin mit dem, dass ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe, wenn es uns im Leben gibt. Litzem zu litzem, Litzem zu litzem, Litzem nicht witzend, Bolle sieht es auf die рассchtheit, wenn es morgenschreit ist und корабle in schwebemm Ich bin in einem bestimmten Zustand. Земля, корабль, Но кто-то вдруг Самовой жизневовой Славы Прямую гущу боя Вьюг Ее направил Величаво Ну что ж Из нас на палубе большой Кто Крепким в качке Оставался Тогда я Под дикой Шоп Скелиросъезвали Звездом Александра Пушкина Тучи Рассеянной бурей Одна ты Несешься Боясно лазури Одна ты наводишь Унылую тень Одна ты печалишь Ликующий день Ты небо Недавно Кругом Облегал И Молния Грозно Тебя Обивала И Ты Сдавал Таинственный Гром И Алчную Землю Поил Дождем Довольно Закрой Закройся Пора Миновалась Земля Освежилась И Буря Промчалась И Ветер Ласкал Листочки Древес Тебя Спокойно Гонит Небес А сейчас Стих про любовь Я Вас любил Любовь Еще Быть может В душе моей указла Не совсем Но Пусть она Вас больше Не тревожит Я Не хочу Печалить Вас Ничем Я Вас любил Безможно Безнадежно Дуробостью Дуревностью Томим Я Вас любил Так искренне Так Нежно Как Дай Вам Бог Любимы Быти Другим Цветок Засовший Безуханный Безуханный Засовший Ну конечно не засовший Все свежий Душа падает Забытых книг Вижу я И вот уже Мечтою странной Душа наполнилась моя Где цвел Когда Какую Весною И Долго ли Цвел И сорван Кем Чужой Знакомой Или рукой И Положен Сюда Зачем На памяти Нежного Разведания Или Разломки Роковой Или Одинокого Гуляния В Тише Поле Тенили Сною И Живли Тот И Да Живали И нынче Где их Уголок Или Уже Они Увяли Как Сей Неведомый Цветок Тепя Неведомый Тепя К Тепя Итак, Du sagst, du hast mir gedacht, dass wir uns nicht verhalten haben. Die Karol sind die Blut zu dégagieren, die Oxygen zu tun. Machin, soben und bionnen, die Rose. Das sind Fingst Rose. Alle, alle, alle Lieblingsblum. Lieblingsblum, natürlich. Die Rhin und auch so gut. Die sind Rosen, ganz leicht Rosen in Farbe. Die sind wunderbar. Blüte. Lepistock. Die Blüte. Lepistock oder Lepistock. Lepistock. Lepäschen mit dem Mikrofon Mit dem Mikrofon Das ist ein Blüter 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 wie geht es? wie geht es? wie geht es? wie geht es? mit dem Mikrofon нравится? ich weiß nicht ob ich einfach nur sponanlich придумал mit dem Mikrofon mit dem Mikrofon und dem Hirsch bis zum Mikrofon und dem Hirsch geht es auch nicht Ich denke, ich habe es noch nicht gesehen. Es ist so cool. Es ist so interessant. Es ist so interessant. Ich hoffe, dass du dich gut fühlst. Ich hoffe, dass du dich auch gut fühlst. Ich hoffe, dass du dich auch gut fühlst. Es war sehr cool. Ich hoffe, dass du das Video hast. Ich weiß nicht, wie du das Video fühlst. Alles klar. Ich werde es schon wieder aufhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja, Katja.